Oh! Ja, das war durch. Ups. Reingeschlingelt. Hat mich jetzt verfehlt, meine ich? Mich jetzt verfehlt, meine ich. Okay, dann schnell an den Jen. Wir haben den auf 80. Du kannst dich einmal hinten lassen, du hast ja Adrenalin, oder? So, wir sind jetzt fertig. Ihr habt nütz und ich hab jetzt Totem. Okay, du hast die Totem, kannst du das machen? Ich frage mich, was DBD besser macht als andere Spiele seiner Art. Das ist relativ einfach und gleichzeitig auch sehr meme-lastig. Dead by Daylight ist das... Entschuldigung. Dead by Daylight ist das bestprogrammierteste Spiel dieser Art. Ja. Hier wurde Snowbeat. Die nehme ich aber. Dankeschön, items. Dafür bist du zu langsam. Das ist auch nicht schlimm. Da war Matthäus Zeit. Da kannst du den normalen Weg gehen. Alle Checkpoints mitnehmen. Sich ein bisschen umgucken und so. Ich glaub, da musst du nur das Ziel erreichen, innerhalb eines Tages. Ja gut, also wenn Matteo mein Gegner ist, dann brauche ich gar nicht anfangen. So geil. Hey, ohne. Ich mache hier einen Gen. Genau von deiner Nase. Uiuiui. Ist das frech? Dann der Treppe da. Ich hole Kay. Ich hole Kay. Ich hole Kay. Ich brauche noch Punkte. Hey, ohne. Ich bin hier durch das Fenster gegangen. Das kannst du wohl denken, oder? Dann hol den DGB. Und ich gehe jetzt wieder durch. Ich gehe gerade mit meinem Leben. Und ich gehe da jetzt wieder durch. Ja. Ich mache da ganz frech. Ich kenne dich nicht. Äh, äh, soll ich ihn jetzt sehen? Ne, ne, ne. Ich bin da da. Okay. Bin durchgegangen. Habe ich dich jetzt verarscht? Da bin ich wieder durch. Komm her. Äh. Oh. Der ist sauer. Oh nein, erinnere mich zurück. Okay. Hier. Later. Ich weiß nicht, wenn ich es dann, oder? Ich werde auf jeden Fall gehen. Ey, 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 ey. Das ist meine Klasse. Ähm. Da ist das ein echtes Haar, oder ist das eine Perücke? Das ist eine Perücke. Das ist an das Bandana dran. Deswegen auch das Bandana. Also, das ist einfacher, damit man den Übergang nicht sieht. Der war schlimmer. Tinker, nein. Tinker wird sterben. Die arme Tinker. Oh. Hast du den Kopf gerade runtergeschossen? Der hat mir so die beiden Schwerte in meinen Schutten reingesteckt. Wir sind drei. Bloody, ey. Haramusha boostet sich selber, um mich hier frech anzugreifen. Ey, hat der Hyperarmor? Seit wann hat der Haramusha den Hyperarmor? Ich werd ja nur noch geleitet. Ich hab Hyperarmor, aber nur weil ich so unglaublich krass bin. Ich hab, ich hab gelogen. Der... Der hat sein Leib durch und hat gewonnen dadurch. Ey, ich hab gelogen. Der ist ja krass. Im One on Three so ge... Alter, war das Kling. Komm her, jetzt, du Sau. Du hörst sowas von mir, ey. Der hatte auf der Hand. Ihr hattet eins gegen drei, habt ihr Bengel gekiffelt. Jetzt haust du ab, oder wie? Yeah. Heute Abend gibt's Beef. Oh, scheiße. Der Mord war auf Camps. Molly Card? Was denn? Ich hätte mal ne Frage. Ja. Hast du Schleim? Nee. Okay. Tschüss. Tschüss. Nein. Ey! Ey! Na sag mal. Ja schon. Entschuldigung. Und wer denn das schluss da drauf? Eine Zeile von mir anschauen zu müssen. Nein, es gibt ein Tier. Ich kann es nicht mal. Ich kann es nicht mal. Es ist Spägen, fuck. Ich hasse Tiere. Danke. Endlich hab ich es. Endlich hast du es einem gesagt. Ich hasse es. Hab ich es mal gehört. Ich hasse es Tiere zu malen. Tiere sind schrecklich. Katzen sind ganz schlimm. Aber die muss ich Gott sei Dank nicht verfallen. Ich bin down. Weil hier nichts ist. Warum weißt du dich nicht selbst? Oh, Bambam hat daneben gehauen. Ich hör nur Schreie. Mal Gitti. Nö. Hä, was ist denn jetzt wieder so? Oh, Dalu. Hab mich nicht! So ein Trickstar, ey. Und danach starte ich den Rechner nochmal neu. Respekt an Dalu. Ich wäre vor zehn Minuten gegangen. Das ist gerade der angenehmste Teil des Streets. Ja. Ja. Das ist super. Fühlt sich nicht viel Arbeit an gerade. Ich schenke mir mal raus seit einer Stunde. Matteo macht den Content und ich bin trotzdem live. Also was ist das Problem? Ich will ballern. Ich. Ich. Dummer Idiot. Oh, Grins ist gerade an mir vorbeigebaut. Das ist nix. Links ist ein Sandelöme. Oh! Gut, weiter so. Ich geh hier in die Palette, Kay. Keine Achtung, ich hol dich jetzt einfach schnell runter. Ja, kannst du versuchen. Du hast doch geliehene Zeit. Ja, ja, hab ich auch. Geliehene Zeit. Sehr gut. Ich hab's einfach mal genommen. Und wir hoffen, dass das stimmte. Ja, das hab ich. Ja, das stimmt schon. Ich geh in der Palette. Hätte ja auch sagen können, dass das gelobt war. Nee, 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 nee. Hey, Kalle! Nicht mich! Als ob der dahinter wartet! Oh ja! Nein! Lass uns beide Nefi voten. Okay. Ja. Okay, Nefi, wir voten Items! Hast du Items? Abschauen, abschauen! Ja! 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 So kann das nicht ausgleichen. Ja! 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 Es ist nicht in deine Richtung gegangen, glaube ich. Du hast jetzt hier. Ach scheiße, dann häng ich mich kurz selber ab. Ich weiß ja, wie das geht. Du musst ja wirklich nur vom Haken runter springen. So. Easy! Mit Ansage! Ja, du musst ja wirklich nur... Dich kurz zusammenreißen und dann... Ah, scheiße! Oben rechts eine Festung, da ist Festung, Bestung, aber auf jeden Fall das andere. Ähm, es können nie zwei nebeneinander sein. Oh, oh, scheiße! Oh, fuck! Vex, hast du unter uns abgebaut? Oh, mein Gott. Ich guck mal, was wir retten können. Gleich. Ich geh jetzt, ich geh jetzt wild rein. Ich bin jetzt Rambo. Down. Zwei down. Drei down. Nice. Ich verstehe ja nicht, warum die einfach nur an uns vorbeigerannt sind. Also eins. Brennt nicht, mach ich weg. Dann haben wir vier, fehlt nur noch eins. Oh, ich hab einen lila Schlüssel. Äh, nein, ich hasse es. Was machst du da, Lu? Dad bei Dad sagt, ich bin dick. Mann. Äh. Ey, er hat Eisgrem? Ich wusste nicht, was ich passieren soll. Ich hab's mal brau markiert. Eisgrem? Ja. Ich hab's mal brau markiert. Ja. Ich hab's mal brau markiert. Ich hab's mal brau markiert. Das hat er gut gemacht. Boah, warum ist er so lange hier? Hat er dich einmal gesehen, Gippy, oder nicht? Vielleicht hat er eine Spur gesichert. Ach, scheiße. Hätte er eigentlich nicht wissen können, dass... Ey, ich lieg in der Palette. Hippie, jetzt! Push! Oh mein Gott! Mach auf, Chun! Ich hab schon CT-T reinpushen. Ja, ja, my bad. Schön. Einabstehtel, konnte heaven kommen? Nice. Ich guck auf die Camps, Juli. Hululu, ich hab nichts gesehen. Ui, ui, ui. Da war an den Camps aber nichts zu sehen, Juli. Ui, ui, ui. Der stalkt einen hoch und one-hit it an. Also der kann gezielt eine Person one-hitten. Du kannst ihn angucken, ne? Genau, wenn er stalkt, stalkst du ihn zurück, dann erschreckt er sich und dein Stalkmeter geht rund. So wie im Film, so wo er sagt, ich bin in deinem Haus und dann sagst du, ja, ich weiß, du sitzt hier im Sofa. Was, woher weißt du das? Und dann muss er erst mal neu sich wieder verstecken. So funktioniert der auch, ja. Ach du Scheiße. Wie ist das, du sitzt ja auch hier? Okay. Jetzt können wir schon fast vergessen. Bye-bye's down. Wir machen dir einfach der O2. Oh, willst du den Apfel lieber haben? Aha. Entschuldigung. Okay, oder ich bin dumm. Er kommt zu dir. Ja klar, ich spring gleich aber wieder ab. Kommst du runter? Ja, ja, klar. Also mach du da, ich hüpfe eben vom Haken kurz. Es ist halt wirklich. Ja, ich weiß. Aber er kündigt sie uns mal an, dass es dann passt. Eines Tages. Ja, so glauben. Das ist das zweite Mal in Folge, wo ich es angekündigt habe. Geil. Nein. Nein, Juli, was soll denn das? Das ist so ein Tanz. Ja, aber guck mal, auch hier. Juli, Gippi, ihr habt ja noch nicht so oft gespielt. Bei Louis. Jede Woche Sonntag Nintendo Games. Jeden Sonntag Mario Kart. Ja, hallo. Ja, gut. Hat auch einen Stern bekommen, dank einem Item. Muss erst mal wieder anlaufen. Und ich hab hier nichts. Also ich geh nochmal down. Wie lange? Wie weit? 95. Okay, warte. Mach. Jetzt? Ja, mach. Juli. Ich dachte, du sagst mach. Ja, was heißt denn mach wohl? Ich dachte, er kommt noch nicht jetzt.